Ich bin in dem Betrieb von Kinderschuhen auf reingewachsen. Ich bin im Wald groß geworden durch meine Eltern und für mich war eigentlich schon immer klar, dass ich, wenn ich was arbeite, später irgendwas mit Holz zu tun hat. Und jetzt sind wir wieder dabei, den langsam eingeschlafenen Betrieb meines Vaters wieder zu reaktivieren. Das ist so von meiner Seite aus so der Kindheitstraum, und so ein bisschen Leber. Und wie gesagt, unsere Firma besteht jetzt seit ca. 20 Jahren auf jeden Fall. Zweite, dritte Generation. Wir sind so ein bisschen reingewachsen in die Holzbranche. Die LT15 haben wir irgendwann mal angeschafft, wenn man das Haus umgebaut hat, sein privates Haus, und relativ viel aus Holz machen wollte, selber aus Holz machen wollte und damit halt auch selber das Holz sägen wollte. Und die Grundidee war eigentlich mal ein Glockhaus zu bauen. Das ist nicht ganz so geworden, weil die Dimension dann doch zu groß gewesen wäre. Wir haben gesehen, dass wir mit der Säge mehr können, als nur ein Haus oder einen Gartenschuppen oder einen Carport zu bauen. Sondern die Säge ist halt wirklich mittlerweile ein Bestandteil unserer Firmenplanung. Unsere typische Kundschaft ist ein bisschen produktabhängig. Bei den Eichenpfählen ist es ganz groß, dass wir zum Teil Forstämter beliefern, die Eichenpfähle zum Einzäunen von wiederaufgeforsteten Kulturen haben möchten. Zum anderen aber auch viele Jäger und teilweise halt auch viele Leute, die mit Pferden zu tun haben, die ihre Weidekoppeln damit einzäunen. Wir sind ja so ein bisschen aufgeteilt in drei Bereiche, dass man sagen kann, wir haben einmal den Wald mit dem Holzeinschlag. Dann haben wir den Bereich mit der Verarbeitung auf dem Hoch, mit der LT15 und mit dem Spaltautomaten. Und wir haben auch noch diese Zaunproduktion. Und in jeder Bereich für sich hat für mich immer etwas Tolles. Also ich freue mich, wenn ich mal ein paar Stunden im Wald ganz alleine bin und wirklich nur mit der Maschine im Wald meine Ruhe habe. Auf der anderen Seite ist es aber auch toll, wenn ich hier auf dem Hof bin, mit der Kundschaft zu tun habe und Brennholz verkaufen kann. Und eine Herausforderung ist es bei jedem Kunden, den Zaun aufzustellen. Es ist jedes Mal ein neues Erlebnis, jeder Zaun ist anders. Einfach toll. Eine Sache, die bei uns eine besondere große Nachfrage hat, ist halt Zäune aus naturgegebenem Holz. Also belassen, unbehandelt von der Außenseite, mit Rinde und Borke sozusagen. Die ein ganz eigenes Bild hervorrufen. Naturbelassen ist halt. Und das ist etwas, was man kaum woanders bekommt. Und das ist bei uns momentan so etwas als Nischenmarktlücke. Und beliebt wirklich großer Nachfrage momentan und ein schönes Produkt auch. Wirklich naturbelassen. Mitmeiser war für uns ganz einfach ein Thema, dass wir vor Ort den Hersteller haben. Mit der Servicewerkstatt und dem Ansprechpartner. Und wenn was gewesen wäre, was wir jetzt nach gut zwölf Jahren, dreizehn Jahren sagen können, nichts mit gewesen ist, dass das der ausschlaggebende Punkt für uns war. Wir brauchen jemanden für unsere Maschinen, dass wenn was ist, dass sie schnell wieder laufen. Beste Werbung ist a unser Produkt und b ist es ganz einfach unsere Lage halt. Wir haben mit dem Durchgangsverkehr hier an der Bundesstraße so viel vorbeifahren, die Kundschaft, die unser Produkt sehen kann vom Auto aus, dass das einwandfrei ist. WeChat. Wir brauchen jemanden für den Auszug, wenn wir uns nicht aufgrund des Auszug auf den 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 Auszug. Vielen Dank.